Im heutigen Video gibt es ein kleines Update zum Thema Payout. Außerdem sprechen wir über die Dropped Details vom bevorstehenden Robocop NFT Drop auf Vivi. Das und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall daraus ein bisschen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute direkt rein in doch sehr kurzen Vivi News zum Samstag. Und starten tun wir an dieser Stelle mit einem kleinen Update zu Payout. Und zwar schreiben sie hier, dass alle ausstehenden Transaktionen zum Zeitpunkt der Aussetzung der Zahlung sich weiterhin in der Warteschlange bewegen und im Prinzip dadurch auch durchgeführt werden. Außerdem arbeiten sie daran, hier auf jeden Fall den alten Zahlungsanbieter Wire zu ersetzen, der deswegen nicht mehr hier operieren wird, weil dieser nämlich sein Geschäft schließen muss. Aufgrund dessen, dass hier der Vertrag mit Bolt von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar nicht geklappt hat und muss an dieser Stelle sein Geschäft auflösen. Weil sie einfach keine Zahlungsmittel mehr zur Verfügung haben. Das heißt aber nicht, dass eure Funds, falls ihr jetzt ausgezahlt habt, an dieser Stelle verloren geht. Und David Yu schreibt ja auch nochmal ganz kurz und knackig, dass auf jeden Fall kein Vivi User an dieser Stelle hier seine Funds verlieren wird, was meiner Meinung nach auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen ist und zeigt, dass Vivi hier natürlich auch 100% hintersteht und dafür sorgt, dass jeder User seine Funds behält. Als nächstes schauen wir uns dann den Robocop NFT Drop an mit den Dropdetails. Das Ganze wird ja am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen und wie ich es schon in meinem anderen Video besprochen habe, habe ich mir schon fast gedacht, dass wir das sehen werden. Meine Vermutung war zwar Samstag, aber das ist jetzt an dieser Stelle ja unrelevant. Schauen wir uns trotzdem das Collectible mal an. Wir sehen hier an dieser Stelle nur ein einziges Collectible von Robocop und zwar nämlich dieses hier, nämlich animiert mit Sound an dieser Stelle. Ihr hört den Sound jetzt natürlich hier gerade nicht, aber ihr seht es auf jeden Fall hier mit der Animation. Der Sound an sich ist jetzt nicht super spektakulär, deswegen ist das jetzt nicht so unbedingt wichtig, dass ich hier mit einfüge. Insgesamt haben wir einen Listenpreis von 60 Gems, eine Editionzahl von 1987 Stück. Außerdem ist es natürlich eine First Appearance und als Rarität erhält es hier eine Ultra Rare. Für mich persönlich ist dieser Drop auf jeden Fall ein Skip, aber nicht deswegen, weil ich denke, dass der Drop auf jeden Fall unter Droppreis gehen wird, sondern weil es für mich einfach nichts ist. Aber nichtsdestotrotz glaube ich auf jeden Fall, dass der Drop unter Droppreis gehen könnte, jedenfalls Longterm, da man gesehen hat, dass viele, viele andere Jobs hier auch sehr, sehr weit unter Droppreis gegangen sind. Beispielsweise der Coca-Cola Truck ist auch mit knapp 1.900 Editions mehr, auch bei 20 Gems, Listpreis bei 30 Gems. Also ja, muss man sich auf jeden Fall überlegen, ob man es von nicht später vielleicht auf dem Market kaufen möchte. Ich kann es aber natürlich an dieser Stelle auch nicht wissen, muss ich ganz klar sagen. Es kann auch sein, dass er an dieser Stelle tatsächlich über Droppreis gehen würde, was mich persönlich für jeden, der am Job teilnimmt, auf jeden Fall sehr freuen würde. Ansonsten kommen wir nochmal auf das Thema Mergen zu sprechen. Und es scheint anscheinend hier relativ bald auch zu kommen, denn wir haben jetzt hier auch den Medium-Artikel von Ikumi bekommen, wie man seine Omi-Token mergt, beziehungsweise hier auf den anderen Account verschiebt. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, wie man das über den Layer 2 macht. Ansonsten ist das ziemlich einfach, wenn ihr das sozusagen über die App selbst machen wollt. Was ganz wichtig ist für jeden, der es nicht mitbekommen hat, ihr müsst eure Omi-Token von dem Account, den ihr merchen wollt, auf jeden Fall runternehmen. Ansonsten sind die auf jeden Fall nach dem Merch weg. Gehen wir mal ganz kurz durch, wie ihr das Ganze dann macht. Ihr geht im Prinzip in eure beiden Wallets, beziehungsweise unter omi.vivi.me meldet ihr euch an und dann könnt ihr hier unter euren Send and Receives eure Omi-Adresse einmal kopieren. Das macht ihr natürlich bei dem Wallet, wo ihr das Ganze hinsenden wollt und fügt die dort ein, von dem ihr die Omi-Token runterhaben wollt. Ganz simpel und einfach. Ich denke, das kriegt ihr auf jeden Fall auch ohne meine Hilfe hin. Falls doch noch Fragen bestehen sollten, schreibt mir die auf jeden Fall gerne in die Kommentare, dann helfe ich euch dort, soweit es geht. Ansonsten hier auf jeden Fall nochmal ganz kurz Aufmerksamkeit für das nächste Artwork, was wir sehen werden. Und zwar für die nächste Woche. An dieser Stelle hier von R.B. Silver. Und das Ganze ist Black Panther Hashtag 25. Meiner Meinung nach wirklich ein schönes, schönes Artwork, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also für den hier auf jeden Fall, der ein bisschen mehr Geld hat, für den ist das Ganze vielleicht interessant. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gibt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen, wirst du zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmittagrand. Bis dahin, dein Käpt'n, ciao, ciao.